Hallo, hier ist wieder eure Lena von der GWG Levenau. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sommer, einen schönen Urlaub, schöne Ferien und heute habe ich mal etwas Neues für euch, nämlich unsere neue Geschäftsstelle. Die ist nämlich umgebaut worden und sieht richtig klasse aus. Das kommt mal mit. Sieht gut aus, oder? Stellt euch mal vor, das war früher mal eine Kaufhalle. Viele erinnern sich von euch vielleicht, die Luna Kaufhalle. Das sieht man gar nicht mehr, ne? Richtig schick. So drin habt ihr jetzt gesehen, jetzt zeige ich euch draußen. Ist nämlich auch endlich fertig geworden und sieht richtig gut aus. Also uns gefällt's. Der ganze Umbau erfolgt ja im Rahmen des Stadtumbaus, der nun schon seit 15 Jahren voranschreitet. Ziel ist es, Achtung, jetzt kommt ein offizieller Begriff, die Beseitigung städtebaulichen Missstandes in und um Lübbenau. Und jeder, der hier wohnt, kann mir sicherlich zustimmen, dass wirklich viel passiert ist. Rückbau, Modernisierung, Neubau, Spielplätze, Grünflächen. Lübbenau wird richtig schön. Und dazu gibt's übrigens auch eine ziemlich interessante Ausstellung ab dem 27. September im Rathaus zum Thema Große Wohnsiedlungen Wohnen mit Zukunft. Schaut's euch an, okay? Ich hab mich jetzt in die Geschwister-Schollstraße gebeamt und im letzten Block hatte ich euch ja schon verraten, dass uns Kinder besonders am Herzen liegen. Und wir haben hier einen brandneuen Spielplatz, den ihr hier seht und den bekommt auch die Geschwister-Schollstraße 21 bis 30. Und übrigens, die Häuser hinter mir, mit tollen Familienwohnungen, Vierraumwohnungen und so weiter, genaue Infos findet ihr auf unserer Homepage, sind nur drei Minuten von der erneuerten Werner Seelenbinder Grundschule entfernt. Das war's von mir. Bleibt gesund, bleibt mir treu, was auch immer ihr macht, habt Spaß und immer auf die Mutti hören. Und reach for the sky. Und reach for the sky. Und reach for the sky. Abonniert absolument 40 Grad.